hallo in diesem dritten teil zu microsoft teams am ipad gehe ich mal ein bisschen näher auf die allgemeinen einstellungen ein die sich hinter den drei strichen links oben verbergen wenn ich hier auswählen sehe ich zunächst mal meine anmeldung und am nächsten punkt meinen derzeitigen status ich bin als abwesend in teams markiert das kann ich ändern indem ich zum beispiel auf verfügbar gehen oder ein der anderen status hier auswähle damit kann ich anderen teams mitgliedern signalisieren ob ich eben abwesend bin ob ich beschäftigt bin oder wenn ich nicht stören wähle dann bekomme ich auch keine nachrichten durchgestellt ich kann auch selbst einen status festlegen und kann jetzt hier zum beispiel sagen bin auf fortbildung und vier stunden lang und nach vier stunden wird dann diese meldung die ich jetzt aktiviere anzeigen wenn mir personen nachrichten schicken wieder gelöscht innerhalb dieser vier stunden erscheint aber die meldung bin auf fortbildung die aktive das jetzt hier wieder des weiteren kann ich meine einstellungen bezüglich benachrichtigungen festlegen eine interessante option sind die sogenannten ruhigen stunden hier kann ich zum beispiel festlegen dass ich von 18 bis 6 uhr keine benachrichtigungen erhalten möchte oder aber ich kann auch ruhige tage festlegen dass ich sage den ganzen sonntag über möchte ich keine benachrichtigungen von teams erhalten das heißt alle benachrichtigungen die ich dann aktiv habe die wir uns dann gleich anschauen was ich da einstellen kann bekomme ich an einem sonntag nicht und eben täglich zwischen 18 und 6 uhr auch nicht und jetzt kann ich hier unten eben festlegen welche nachrichten ich bekomme und welche ich nicht generell nicht haben möchte ich habe jetzt zum beispiel chats erwähnungen antworten kanalbeiträge apps und likes aktiviert benachrichtigungen zu teams updates trends und schichten möchte ich nicht möchte aber benachrichtigt werden dass ich den anruf verpasst habe dass eine voicemail eingegangen ist und über eingehende anrufe möchte ich benachrichtigt werden wenn ich hier etwas deaktivieren will dann muss ich hier nur einfach drauf tippen ich habe ja auch die möglichkeiten über besprechungen benachrichtigt zu werden hier alle besprechungen bei denen ich eingeladen bin beziehungsweise nur besprechungen die ich angenommen habe oder eben keine benachrichtigung und ich habe auch entsprechende möglichkeit einen oder beim telefon und ich kann hier zum beispiel auch noch einstellen dass ich wenn ich besprechungen beitritt zunächst erstmal stumm geschalten bin und benachrichtigungen zur problembehandlung da komme ich dann beim microsoft support heraus unter einstellungen kann ich zum beispiel festlegen dass ich ein dunkles design haben möchte da muss ich kurz die abschließen und das schaut dann so aus ich kann hier nochmal auf den bereich benachrichtigungen gehen den ich gerade hatte daten und speicher hier lege ich zum beispiel fest wie die qualität von bildern sein soll die ich uploade ich habe hier ausgewählt immer mit hoher auflösung senden und eben nicht automatisch weil bei automatisch kann es passieren dass wenn die netzwerk qualität zu schlecht ist die bilder eben nicht in hoher qualität in hoher auflösung hochgeladen werden aber ich möchte das für meine unterrichtsmaterialien immer so haben des weiteren kann ich sagen heruntergeladene dateien und appdaten löschen oder eben auch den verlauf anzeigen beziehungsweise den verlauf löschen wo der zu finden das sehen wir dann gleich ich habe dann hier mein profil da kann ich eben auch mein bild bearbeiten und ich habe hier eben den verlauf meine aktivitäten den ich dann auch mal löschen kann und ich kann hier verfügbarkeiten festlegen momentan bin ich immer ganztägig verfügbar aber ich könnte das auch ändern und statt ganztägig einen zeitraum festlegen wo ich sage ich bin von 9 uhr 2 bis 12 uhr 2 und dann am nachmittag von 15 uhr 2 bis 17 uhr 2 verfügbar und hier kann ich verschiedene zeiträume und verschiedene tage natürlich festlegen und wenn ich sagt hier übernehmen dann wird das gespeichert ich setze das wieder auf ganztägig zurück dann fällt das raus aber wenn ich das wieder anschaltet dann sind die vorher abgespeicherten zeiten noch erhalten zeitplan kann ich anzeigen wenn ich mit dem planer oder den sogenannten schichten arbeiten was bei uns jetzt eigentlich selten vorkommt unter nachrichten kann ich eben aktivieren dass ich nachrichten aus den kanälen bekommen die ich abonniert habe anrufen hier geht es darum eine anruf weiterleitung zu machen zum beispiel gleich wenn ich einen anruf über teams erhalte das gleich weitergeleitet wird an voicemail also voicemail ist dann die digitale aufzeichnung ist und digitaler anruf beantworter unbeantwortete anrufe werden jetzt hier auf voicemail weitergeleitet und unter voicemail hier dann eins weiter drunten kann ich die begrüßung einstellen also aufnehmen wie ich das zum beispiel bei meiner mobilbox machen kann oder zum beispiel eben auch beim normalen anruf beantworter die letzten beiden optionen sind für uns wieder uninteressant und hier ist dann noch der punkt schichten aber auch das brauche ich eigentlich nicht weil das selten anwendung finden wird unter infos sehe ich welche microsoft teams version ich benutze und habe hier datenschutzerklärungen und ähnliches hilfe und feedback dort kann ich eben hilfefunktion aufrufen ich kann bei microsoft funktionen vorschlagen die ich gerne in teams hätte in die weite umgesetzt werden ist etwas anderes oder ich kann direkt ein problem bei microsoft melden und hier noch einen letzten punkt nämlich neuigkeiten da erfährt man immer die letzten neuigkeiten die in den updates enthalten sind also hier am 18 august eben die cortana sprachunterstützung in teams eingefügt wurde und hier sieht man eben was davor an aktualisierungen in teams stattgefunden hat und zwar für die ios variante desktop und web oder android kann man dann an den entsprechenden geräten abfragen und der allerletzte punkt hier konto hinzufügen hier kann ich dann zum beispiel ein anderes microsoft konto wenn ich noch ein privates habe einfach hinzufügen und dann die beiden konnten über teams nutzen ja das war es mal soweit für die allgemeinen einstellungen in teams wenn euch der video gefallen hat freue ich mich über einen daumen hoch und wenn ihr nichts mehr versäumen wollt von meinen tutorials dann abonniert doch meinen kanal